Herzlich willkommen zu dem Screencast, wie sind die Ergebnisse aufgebaut. Dies ist ein Teil einer Miniserie zur OER FAQ, der Suchmaschine für alle Fragen rund um Open Educational Resources. Ich bin Feng Nguyen und gehöre zum Team, das die OER FAQ entwickelt. In diesem Video geht es um den Aufbau einer Fragen- und Antwortseite und die Frage, woher die Antworten eigentlich kommen. Über die URL www.oer-faq.de ist OER FAQ zu finden. Es gibt mehrere Wege, die zu einer Frage mit Antwort führen. Über das Suchfeld, über die meistgefragte Fragen, über die Übersicht der Kategorien und über die Ergebnisseite, wenn man einen Suchbegriff eingibt und auf die Enter-Taste drückt, statt eine vorgeschlagene Frage auszuwählen. Nun schauen wir uns eine Frage mit Antwort genauer an. Oben steht die Frage. Darunter steht die Antwort. Der Text direkt unter der Frage ist die direkte Antwort auf die Frage. Je nach Fragen gibt es weitere Hinweise, wo Hintergrundwissen oder weiterführende Informationen zu finden sind. Weil alle Antworten aus geprüften Quellen stammen, werden die Quellen und Lizenzangaben dokumentiert. Die Inhalte sind aus qualitätsgesicherten Publikationen zur OER übernommen worden. Dafür wurden bewährte und zuverlässige Quellen ausgewählt. Der Bereich Quellen und Lizenzen ist daher besonders für die Nachnutzung gedacht. Hier steht auch der Permalink, also ein zum Teilen optimierter Kurzlink, zum Kopieren bereit. Wer mehr wissen will, kann nach unten scrollen und bei den Verwandten oder ähnlichen Fragen stöbern. Verwandte Fragen sind Empfehlungen der Redaktion. Dort befinden sich weitere Fragen, die direkt mit der aktuellen Frage zusammenhängen. Die ähnlichen Fragen werden von dem Algorithmus vorgeschlagen. Die Kriterien sind die Ähnlichkeiten in der Frageformulierung. Das war ein Überblick über den Aufbau einer Seite der OER FAQ. In den weiteren Videos der Miniserie Screencast How-To OER FAQ werden beispielsweise genauer erklärt, welche Funktionen es bei der OER FAQ gibt und wie die Suchbegriffe formuliert werden sollen, um das optimale Suchergebnis zu bekommen. Das war ein Überblick über den Aufbau einer Seite der OER FAQ.